So, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Dustin, zurück aus dem Urlaub, aber schon mit der zweiten Sendung diese Woche. Market Roundup war ja am Dienstag und jetzt herzlich willkommen alle, liebe Clubmitglieder, liebe Gäste zum Aktien Roundup. Seit dieser Woche getrenntes Format, Dienstag Market Roundup, Blick auf die Märkte, immer Donnerstag, Blick auf einen Einzeltitel. Und was hast du heute mitgebracht? Heute gucken wir uns Snowflake an. Ich habe es ja schon so ein bisschen angekündigt am Dienstag und ich weiß, es sind viele dabei, die schon gesagt haben, hey, lass uns doch mal Snowflake angucken. Wir haben mal einen Blick drauf geworfen. Wir werden das Ganze aber natürlich nochmal neu aufziehen. Geht nochmal kurz darauf ein, was macht Snowflake überhaupt? Es hat ein bisschen weniger mit Schneeflocken zu tun, kommen wir aber gleich dazu. Wir werden uns das Ganze also mal ein bisschen intensiver angucken und am Ende natürlich auch wieder die Umfrage starten. Ihr könnt dann gerne entscheiden, kaufen wir? Kaufen wir erstmal nicht und dann die Entscheidung treffen, ob wir das Ganze in unser Depot aufnehmen. Wir gucken uns das Ganze heute Nachmittag auch nochmal ein bisschen zahlentechnischer, intensiver in der Aktienwerkstatt an. Da nehmen wir das Ganze nochmal in unserem Bewertungsschema auseinander und prüfen das auch nochmal mit dem einen oder anderen Konkurrenten gegen. Heute aber Snowflake oder jetzt erstmal Snowflake. Kann man sagen, 2012 liegen die Gründung, kann man sagen, ursprünglich von wirklich drei Experten zum Thema Data Warehouse gegründet. Der eine oder andere sich fragt, was ist ein Data Warehouse? Wir versuchen das gleich mal so ein bisschen aufzudröseln, aber vom Grundsatz her kann man sagen, ein Data Warehouse ist ein Lagerort eigentlich für Daten. Also all die Daten, die irgendwie produziert werden von Unternehmen, die gespeichert werden, die irgendwie analysiert werden müssen, die kommen in dieses Data Warehouse. Dort kann man sie nämlich speichern, aufbewahren und am Ende auch für Analysezwecke nach außen ziehen. Und ursprünglich kommt Snowflake dahin. Jetzt könnte man sagen, ja, Snowflake ist auch ein Data Warehouse. Da wäre man auch nicht ganz falsch mit dabei, aber sie bezeichnen sich als etwas viel Größeres, viel mehr kann man sagen, etwas viel breiter Aufgestelltenes. Es gibt immer wieder neue Bezeichnungen von Data Lakehouse zu Data Lake, zu Cloud Warehouse. Also man sieht, man geht mit den Begrifflichkeiten immer weiter. Grundsätzlich ist das AI Warehouse, damit man auf dem aktuellen Trend dann auch noch drauf ist. Genau, genau. Eine Frage vielleicht vorweg, bist du selber investiert in Snowflake? Noch nicht, nein. Ich auch nicht, okay. Wir sehen auch gleich nochmal, warum, was bisher noch nicht so war. Ah, okay. So spannend und zukunftsorientiert, wie das Ganze alles ist, sehen wir gleich auch, wie teuer der ganze Spaß ist im Einkauf, zumindest für uns als Investoren. Wir sind zwar deutlich zurückgekommen von den Kursen, das sehen wir gleich, aber man kann schon sehen, dass das Ganze immer noch ein teurer Spaß ist, ähnlich auch zu dem, was wir bei Nvidia gesehen haben. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu, wie ist Snowflake eigentlich entstanden? Wie gesagt, 2012 gegründet von richtigen Data Warehouse-Experten, waren lange Zeit in so einem Zahnmodus unterwegs, kann man sagen, haben viel entwickelt, wollten dieses ganze Thema Data Warehouse irgendwie einfacher zugänglich machen, besser zugänglich machen, mit mehr Daten zugänglich machen. Das haben sie dann bis 2014 getan. Dann haben sie einen Manager von Microsoft mit dazu geholt, Bob Muglia hieß er und er wurde dann CEO, hat das Ganze dann nach außen geöffnet, hat es quasi in eine Cloud-Variante gewandelt, damit auch so die Verbindungen zu diesen ganzen großen Technologiehäusern, die man kennt. All die sind irgendwie in einer Art und Weise verstrickt mit Snowflake in diesem Cloud-Geschäft. Also es geht immer wirklich darum, wie man einfach Daten speichern kann, auf Daten zugreifen kann und analysieren kann am Ende. Und man muss ganz klar sagen, dass natürlich umso mehr Daten auch in der Cloud liegen, also umso mehr Daten verfügbar sind und produziert werden, umso größer wird natürlich auch der Einfluss dieser großen Technologieunternehmen. Und Snowflake bietet da eigentlich die Optimierung genau für diese Anwendungszwecke. Die haben zwar auch eigene Lösungen, aber nutzen in vielerlei Hinsicht auch wirklich die Lösungen von Snowflake. 2019 kam dann ein neuer CEO dazu, Frank Slotman, hieß er, und er hat dann gesagt, okay, lass uns an die Börse gehen. Wir brauchen Kapital, wir wollen das Ganze deutlich weiter skalieren. Das war eine gute Zeit, ihr kennt die Zeit von 2020, 2021. Die Technologietitel sind durch die Decke gegangen und so war auch der Börsengang extrem erfolgreich. Man hat gestartet bei so 120 Deuern, hat sich in relativ schneller Zeit nochmal verdoppelt, verdreifacht. Das gucken wir uns gleich nochmal im Chart an. Wir sehen aber auch, dass der Kurs wieder zurückgegangen ist, weil diese Zeit halt ein bisschen vorbei ist. Also man hat drei Milliarden Dollar damals eingenommen, extrem gut für das, was man in einem Entwicklungshaben vorhatte. Die Kurse konnten sich aber nicht auf diesen Spitzenniveaus halten. Und bevor wir jetzt kurz in das Data Warehouse einmal reingehen, will ich euch mal kurz mit dem Kurs dazuholen. Ich habe das hier mal auf TradingView schon für euch rausgeholt. Und was ihr hier sehen könnt, und ich striege das mal ein bisschen nach oben, ist, dass wir von relativ hohen Niveaus kommen, auf noch höhere Niveaus gelaufen sind. Also wir waren mal zwischendeutig bei so um die 400 bis, ja an der Spitze sogar hier mal 430 Dollar. Was wir aber auch sehen können, natürlich zum einen ist das Unternehmen noch nicht allzu alt, aber wir sehen auch, es ist danach deutlich wieder zurückgekommen. Zum einen schwankt es sehr, das kann man sehen. Also für alle, die nochmal in Richtung Technologietitel blicken, und ich meine, die Technologietitel sind auch gerade wieder unter Druck gekommen. Diese Schwankungen, die sind tatsächlich nichts Ungewöhnliches. Was wir aber halt auch sehen können, dass wir seither nicht so richtig mehr aus dem Schwung gekommen sind. Also die Euphorie der Technologietitel ist vorbeigegangen, und die Euphorie für Titel, die nicht profitabel sind, ist vorbeigegangen. Und seitdem kursiert das Unternehmen ja so in dieser Bandbreite. Und ich habe sie mal eingezeichnet, dass so knapp 45 Prozent nach oben und unten, die das schwankt, also doch schon eine ordentliche Bandbreite. Also man ist zwar in so einem Seitwärtsmodus, aber doch einem, der auch mal gerne 50 Prozent hoch oder runter schwanken kann. Und da sieht man schon, dass natürlich sehr viel auch jetzt in diesem Wachstumsmodus des Unternehmens vorweggenommen wird. Bevor wir aber nochmal tiefer da reinblicken, nochmal ein kurzer Blick wirklich auf Snowflake als Unternehmen, auf das Data Warehouse. Hier ist mal so eine kleine Abbildung, wie so ein bisschen versucht zu erklären, was macht man eigentlich. In der Weile kann man sagen, ist Snowflake Marktführer im Bereich dieser Data Warehouses. Man hat 20 Prozent des Marktes, was schon sehr signifikant ist, weil es wirklich auch große Konkurrenten gibt, die auch eigene Lösungen haben mit Amazon, mit Google, mit den großen Technologieunternehmen, auch mit Microsoft natürlich. Was wir aber sehen können, dass man halt so eine bisschen andere Herangehensweise hat, auch als viele dieser anderen Unternehmen. Also du sagst, man sieht das so, erklär mal ganz grob in eigenen Worten, was sozusagen der eigene Ansatz von Snowflake ist gegenüber anderen Cloud-Anbietern. Genau. Ich erkläre jetzt mal nochmal kurz, wie so ein Data Warehouse oder so ein Data Lakehouse oder wie auch immer jetzt am Ende funktioniert. Man hat am Ende Datenquellen von Daten, die man sammelt in seinem Geschäft von seinen Kunden, vom Unternehmen selbst. Also Performance-Daten, wie läuft das Unternehmen, strukturierte Daten, aber auch nicht strukturierte Daten mittlerweile. All die werden hier abgebildet und laufen am Ende einen sogenannten ETL-Prozess. Das ist mehr oder weniger eigentlich nur ein Prozess, der die Daten so transformiert und ändert, dass sie am Ende gut gespeichert werden können. Und hier sieht man es, es ist ein Data Warehouse, ein Data Lake, Data Engineering, Data Exchange. Also es wäre jetzt zu viel im Detail, aber was man halt sehen kann, dass diese Unmengen an Daten in verschiedenen Quellen, Stationen gespeichert werden können und insbesondere aber in einem Bild von Gesamt-Snowflake abgebildet werden können. Und das ist so ein bisschen die Besonderheit, die Snowflake auch eigentlich ausmacht. Man hat so die Möglichkeit, dass man eine extrem große Bandbreite an Daten, von strukturierten Daten, also von richtig gut gelisteten Daten bis zu unstrukturierten Daten, also einfach nur frei getexteten Daten und allem, was dazwischen liegt, die nutzen kann, um sie in diesem Datenhaus zu speichern. Und das ist schon relativ besondere Herangehensweise, insbesondere weil halt viele dieser anderen alten klassischen Data Warehouses sehr in ihrer Form gemünzt sind. Das heißt, man muss die Daten in eine sehr gute Struktur bekommen, damit man sie auch dann daraus wieder abgreifen kann. Also wenn ich es richtig verstehe, macht Snowflake folgendes, nimmt es Daten relativ roh an und fängt an, diese Daten deutlich besser zu sortieren, zu verwalten, zu verwahren, bessere Schnittstellen anzubieten, Daten vorzuprozessieren, vielleicht auch zu aggregieren, solche Sachen. Genau. Und das Schöne ist, es ist tatsächlich auch mit ganz vielen Programmiersprachen quasi verwendbar. Also während viele der alten Modelle dort quasi nur auf ältere Programmiersprachen setzen, ist es hier von einer Vielzahl von verschiedenen Softwareentwicklern am Ende nutzbar, die verschiedene Sprachen sprechen in dieser Fall oder auch verschiedene Sprachen programmieren. Und ja, all diese, kann man sagen, diese Flexibilität, die in dem Namen auch schon ein bisschen drinsteckt, die spiegelt sich in diesem Warehouse am Ende wieder. Und das Ziel ist es ja wirklich, am Ende die Daten nutzbar zu machen und daraus Analysen, Anwendungen und vieles weitere zu bauen. Und wir sehen hier unten, diese Cloud-Anbieter, die stecken hier mit drin und die stecken halt dadurch damit drin, dass natürlich auch die, die viele, viele Daten bekommen und die irgendwie prozessieren müssen, irgendwie verwahren müssen, darstellen müssen und da halt gut auf diese Services von Snowflake auch zugreifen. Ja, genau aus diesen Gründen, die wir gerade genannt haben, viele Datenformate möglich, viele Datenstrukturen möglich von semi-strukturierten, überstrukturierten, analytisch kann man das gut aufbauen. Also all das steckt da drin und das Ganze ist ziemlich innovativ, auch wenn man jetzt vielleicht das von als Laie nicht ganz so gut erkennen kann, kann man schon sagen, dass durch diese breite Öffnung dieses Data Warehouses man wirklich eine Möglichkeit geschaffen hat, sehr effizient und leistungsstark halt Daten zu verarbeiten. Nochmal so ganz kurz zum Markt, in dem wir uns eigentlich befinden. Also Cloud-Computing-Markt haben wir ja schon mal öfter gesprochen, ein Riesenmarkt, der aktuell sehr, sehr stark wächst. Also soll sich nochmal so verdreifachen in den nächsten zehn Jahren ungefähr. Ebenso auch beim Data Warehouse-Markt an sich. Also hier ist es eher so der Markt, wo halt wirklich Snowflake auch aktiv ist, wo man seine Services anbietet. Der Cloud-Computing-Markt ist halt ein Markt, der irgendwie so mit drin steckt, der aber insbesondere auch auf den Service vom Data Warehouse-Markt zugreifen muss. Also man sieht, die beiden hängen sehr, sehr stark zusammen. Und dieses Data Warehouse-as-a-Service, also dass man das Ganze wirklich als Dienstleistung anbieten kann, ist dann nochmal ein zusätzlicher Faktor, weil man sich wirklich auf diesen Kern spezialisiert, während es früher und teilweise immer noch halt eigentlich Teilanwendungen auch von den großen Cloud-Anbietern oder von Server-Anbietern generell sind. Ich habe das Gefühl, dass in ein paar Jahren ganz viele Services hochkommen, die sich darum kümmern, wie man die Daten eigentlich recycelt. Und es scheint ja so aktuell zu sein, dass man immer mehr Daten Richtung Cloud auch schiebt, immer mehr Anwendungen da rein schiebt, immer mehr Daten produziert werden, dass auch immer mehr bei den Endkunden sogar ankommt, dass sie mehr Daten in der Cloud speichern. Und irgendwann wird es wahrscheinlich nur noch darum gehen, auch mal zu gucken, wie kann man den Kram auch wieder loswerden und so, dass man das Richtige loswird und nichts, was man vielleicht später doch noch braucht. Ja, absolut. Also insbesondere mit den Entwicklungen jetzt in der Richtung künstliche Intelligenz, wo auch noch mal sehr viel Daten ja irgendwie noch mal vermodelt, neu produziert werden in großen, großen Mengen, sieht man halt auch, dass diese Datenmengen und Quellen halt immer, immer größer werden. Sie werden da zwar auch immer wieder effizienter verarbeitet in besseren Formaten, aber ja, die Menge der Daten ist natürlich extrem. Und das sieht man auch noch mal, wenn man wirklich darauf guckt, welche Länder sind da so besonders aktiv und in welchen Märkten ist man da besonders aktiv. Ja, nicht verwunderlich ist eigentlich, dass hier ganz oben Amerika, also die USA stecken, natürlich mit den großen Technologiekonzernen, wo viele des Servers, die weltweit genutzt werden, am Ende hinlaufen und genutzt werden. Erstaunlich ist, dass Deutschland auch relativ weit oben ist, muss man hier sagen. Aber auch natürlich so die großen weiteren Konzerne, die man so kennt oder Länder, die man kennt, die auch technologieaffiner sind. Was man aber auch sieht, ist ein bisschen das, was Christoph gerade angesprochen hat. Was möchte man eigentlich machen? Warum nutzen Endkunden die Cloud? Warum nutzen wir als Nutzer die Cloud? Ja, wir möchten eigentlich optimieren, wie wir die Daten nutzen. Wir möchten sie migrieren. Wir möchten nicht mehr alles auf dem Handy haben, sondern wir möchten es am besten von jedem Gerät zugreifbar haben. So sieht man das natürlich nicht nur als Privatkunde, sondern auch am Ende als Unternehmen. Und ja, das Schöne ist halt, dass man auch diese ganzen Services immer effizienter nutzen kann. Wichtig an der Stelle ist, dass Snowflake sich selber nicht als klassische SaaS-Plattform sieht, also nicht als klassische Plattform, die einen Software-as-a-Service nutzt, also wo man quasi ein Abo-Modell zahlt, damit man diese Software benutzen kann, sondern Snowflake sieht sich selber viel mehr als ein Unternehmen, was nach Nutzung bezahlt wird. Also ganz einfach gesagt, umso mehr ich diese Plattform von Snowflake nutze, umso mehr bezahle ich, umso weniger ich sie nutze, umso weniger bezahle ich. Und das ist für das Unternehmen ein vielleicht weniger attraktives Modell als so ein klassisches Abo-Modell. Ist aber für einen Kunden natürlich ein sehr attraktives Modell, weil er immer sagen kann, okay, ich kann sehr flexibel hoch und runter skalieren, wie ich meine Daten lager und nutzbar mache, auch bei diesem Anbieter. Und das ist auch nochmal so eine Besonderheit, die Snowflake dort etabliert hat, denn klassische Anbieter sagen, okay, du musst immer Blöcke, große Datenblöcke kaufen, die du dir zur Verfügung stellst. Und wenn ich, sage ich jetzt mal, nur eine Größe von 1000 brauche und bei 1001 bin, dann muss ich mir den nächsten großen Block dazu kaufen und kann nicht sagen, okay, ich kaufe mir plus 1. Und Snowflake ist da wirklich sehr granular und man kann bis zur kleinsten Detail das eigentlich für sich runterskalieren. Jetzt haben wir sehr viel über das Unternehmen oder den Markt an sich gesprochen. Lassen Sie uns mal auf die Zahlen blicken. Und wir haben natürlich unseren Snapshot dazu genommen. Der bricht das Ganze nochmal ein bisschen runter. Wie gesagt, 2012 gegründet, ungefähr 1380 Mitarbeiter. Branche ist so ein bisschen Cloud-Based Data Warehouse. Wie gesagt, dieser gesamte Service. Was schon interessant an der Stelle ist, wir haben eine Marktkapitalisierung von 48 Milliarden Dollar. Also ein sehr, sehr großes Unternehmen, insbesondere trotzdem, obwohl, und das sehen wir gleich, die Kurse deutlich zurückgekommen sind. Würde es man mit dem deutschen Markt vergleichen, wäre es eines der Top-DAX-Unternehmen, könnte man sagen. Wir haben, wie man das von Software gut kennt, eine Großmarge von 68 Prozent. Also sehr positiv. Was man mal auch von Software und kleinen Unternehmen, die kleinen Unternehmen in Anführungszeichen, von kleineren oder jüngeren Unternehmen gut kennt, ist, dass die oftmals noch sehr, sehr negativ sind. Und was den Gewinn betrifft. Und das ist auch hier der Fall. Also minus 34 Prozent Profitmarge ist schon sehr signifikant. Was wir aber auch sehen, was sehr positiv ist, ist, dass man hier oben schon Cash generiert. Also man verdient aktiv mehr Geld, welches man nutzbar machen kann. Also man ist gerade nicht in der Phase, wo man darauf achten muss, okay, wir müssen langsam unsere Profitabilität hochschrauben, damit wir nicht mehr negativ Geld verbrennen oder irgendwie in die Insolvenz rutschen, sondern wir verdienen aktiv Geld. Und das ist positiv. Und das ist auch erst mal das Ziel von Snowflake. Also Profitabilität wird hier im ersten Schritt gar nicht angekündigt. Jetzt musst du mal für alle, die jetzt vielleicht nicht jeden Tag auf solche Zahlen gucken, noch mal erklären. Du sagst, wir verdienen aktiv Geld. Und man sieht trotzdem ein Gewinn, eine negative Zahl. Genau. Man kann sich das quasi so vorstellen, dass man auf der Gewinnseite natürlich buchhalterisch ganz viele Rechnungen hat. Also wir stellen uns das so vor, wenn ich 10, wenn ich, ich sag jetzt mal, ich verkaufe ein Eis und nehme dafür mittlerweile ja wahrscheinlich 2 Euro pro Kugel. 5 Euro. Ja, 5 Euro für 3 Kugeln. Oder 2 Kugeln. Und habe Kosten dagegen in Höhe von 70 Cent 1 Euro, dann bleiben mir am Ende 1,50 Euro vielleicht über, wenn ich 3 Euro eingenommen habe. Das wäre dann mein Gewinn. Buchhalterisch gesehen kommen da aber ganz viele Kosten mit dazu, die nicht unbedingt nur diese direkten Kosten sind, die ich brauche, um das Produkt zu produzieren und zu vertreiben, sondern Kosten im Sinne von, okay, ich beteilige den Mitarbeiter an meinem Unternehmen. Ich gebe ihm eine Beteiligung. Und das ist ja irgendwie auch ein Wert, den ich ihm mitgebe, aber ein Wert, der mich aktiv gar nichts kostet. Und das ist quasi ein Unterschied, rein buchhalterisch gesehen, ob ich mit meinem Gewinn im Negativen bin oder ob ich am Ende mehr Geld in der Kasse habe als vorher. Und das ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Cashflow am Ende und den Margen oder dem Gewinn, die man oft sieht. Und das ist sehr wichtig für sehr junge Unternehmen. Natürlich müssen die irgendwann auch rein vom buchhalterischen Gewinn machen, um zu überleben. Aber im ersten Schritt ist es erstmal wichtig, dass ich am Ende immer mehr Geld in der Kasse habe, um weiter operativ tätig sein zu können. Wenn das Ziel ist, und das sieht man hier ganz gut, weiter zu wachsen, also der Umsatz hat sich im Vergleich zum letzten Jahr um 36 Prozent gesteigert. Und das Ziel ist... Kann man die Kunzweizahlen, das heißt Ende Juli? Genau. Ende Juni zahlen, so rum, Ende Juni zahlen. Das heißt, trotzdem, dass sich die Allgemeinschaft Wirtschaft ein bisschen abgekühlt hat, ein anderes Umfeld ist, Umsatz ist trotzdem gewachsen, Marge ist gewachsen, Profitmarge ist gewachsen. Genau, also die Profitmarge hat sich so leicht verbessert, der Gewinn ist ein bisschen zurückgegangen, und da sieht man, dass man auch so einen operativen Leverage, wie man es sagt, hat, also einen operativ positiven Effekt darauf, wie sich gerade das Unternehmen entwickelt. Marketingkosten sind auch gerade ein großer Punkt, die immer noch das Unternehmen sehr stark nach unten ziehen. Aber man sieht, während viele der anderen Unternehmen gerade so ein bisschen rumschwenken und sagen, okay, wir müssen jetzt mal auf Profitabilität achten, achtet man hier nicht so ganz drauf. Natürlich möchte man profitabler werden, aber der Fokus ist noch sehr stark auf Wachstum. Und das liegt auch daran, dass viele der Trends gerade halt für Snowflake sprechen, in Richtung Cloud, in Richtung AI, in Richtung also KI-Lösungen. Und das Ganze ist leider trotzdem teuer. Also wenn wir jetzt mal auf unsere Bewertungskennzahlen blicken, dann sehen wir ja unten das KGV, was negativ ist. Das heißt, wir haben kein positives KGV. Wir haben ein Kursumsatzverhältnis von 20. Und das sehen wir uns, gucken wir uns gleich nochmal im Chart an, was das bedeutet. Das Einzige, was eigentlich so ein bisschen positiv zu sehen ist, und ich gehe mal kurz zur Seite, ist, dass es eine relativ geringe Verschuldung hier hat. In diesen Zeiten ja gar nicht mal so schlecht. In diesen Zeiten nicht so schlecht. Und es kommt halt auch daher, dass man diesen sehr erfolgreichen Börsengang hat, an dem man viel Kapital eingenommen hat. Also man hat immer noch mehrere Milliarden an liquiden Mitteln auf der hohen Kante und muss quasi gerade nicht neu Fremdkapital aufnehmen. Wenn wir jetzt auf die Charts blicken, dann sehen wir auf unserem oberen Chart, hier gucken wir uns ja mal an, was wäre gewesen, hätten wir vor zehn Jahren investiert, können wir natürlich hier nichts sehen, weil, wie gesagt, der IPO war erst im Jahr 2020. Also was hat man seit 2020 quasi erreicht? Genau. Man hätte mal von seinen 1.000 Dollar am Anfang in der Spitze 1.600 ungefähr gehabt. Jetzt sehen wir auch runter auf wieder 600 Dollar. Also man sieht, es ist auch wieder hier sehr schwankend, weil der Trend sich einfach geändert hat. Rein fundamental gesehen steht das Unternehmen immer noch gut da. Wir haben ein gutes Wachstum. Es bewegt sich positiv. Und wie gesagt, seit einem Jahr zumindest in so einer relativen Seitwärtsphase nach oben und unten, die trotzdem natürlich sehr breit. Amir schreibt, 2020, 2021 war schon mal in Snowback investiert, leider zu teuer gekauft. Genau, man sieht es ganz gut. Bevor wir gleich noch mal ein bisschen in die fundamentalen Daten blicken, gehe ich noch mal rüber zu dem Chart wirklich, den wir uns hier angeguckt haben auf TradingView. Und man sieht hier ganz gut, hier oben haben wir diese Bandbreite in dieser blauen Box. Hier unten haben wir diese Bandbreite und wie gesagt, diese ca. 50%, die man hoch und runter quasi schwankt. Wir sehen, dass man auch sehr nah sich immer an dem gleitenden Durchschnitt irgendwie bewegt, ihn entweder auch gerne mal als Widerstand oder auch mal als Unterstützung sieht. Gerade sind wir hier so in dieser Mitte quasi angekommen. Und wenn ich das mal so ein bisschen größer mache, dann sieht man auch ganz gut diese orangene Linie hier oben. Und die orangene Linie, die man hier oben sieht, ist auch das Kursziel der aktuellen Analysten. Also im Schnitt zumindest. Es gibt welche, die sagen, hey, das Unternehmen ist der Hammer, geht auf 600 hoch. Es gibt aber auch andere, die halt ein bisschen weniger optimistisch zumindest für die aktuelle Zeit sind. Man sieht aber, das liegt so leicht über dieser Bandbreite, die wir hier oben auch gesehen haben. Also man nähert sich dem immer wieder an. Auf der anderen Seite weicht man natürlich je nachdem, wie das Momentum gerade ist, ein bisschen davon ab. Was man aber hier nochmal ganz gut sehen kann, und das ist das Kursumsatzverhältnis, das wir uns gerade eben angeguckt haben. Ich versuche das mal gerade hier zu... Genau. Rechnen. Achse einmal hoch. 110. Genau. Jetzt sieht man es hier ganz gut. Wir sehen, wir sind von einem Kursumsatzverhältnis von über 100, also bis zu teilweise 200, runtergekommen jetzt auf ein Kursumsatzverhältnis von knapp 13 bis... Und noch ordentlich. Teilweise auch trotzdem auch noch über 20. Also wenn man jetzt hier genau drauf geht, ist man so bei 21. Wir haben es gerade eben gesehen, bei 20 im Snapshot. Also das ist so ungefähr der Part, in dem man sich befindet. Wie gesagt, in die 10er Region, 13er Region ist man noch nicht gekommen. Man sieht aber, es ist immer noch ein ordentliches Verhältnis. Es ist nicht mehr der 200-fache des Umsatzes. Snowflake war auch bekannt dafür, extrem teuer zu sein. Man muss sich das so vorstellen, dass man 200 Jahre lang den Umsatz machen muss, den man im letzten Jahr gemacht hat, damit man auf diese Bewertung kommt. Steigen, steigen. Genau, und das ist halt auch passiert. Die Bewertung ist ein bisschen zurückgekommen. Wir haben es gesehen. Der Umsatz hat sich über die Jahre natürlich deutlich gesteigert und die Bewertung gleicht sich immer sehr an, aber für die aktuelle Zeit ist ein Kursumsatzverhältnis von 20 immer noch teuer. Zu Corona-Zeiten hätte man gedacht, das ist ja wirklich ein Schnapper, als diese Technologieblase da sehr, sehr hoch war. Was man aber auch sehen kann, das möchte ich auch noch mal verdeutlichen, ist, hier unten sieht man diese Diluted Shares, wie es hier steht. Also mehr oder weniger sind das eigentlich die Aktien, die ausstehend sind. Und das hat man als Investor natürlich meistens nicht so im Kopf, aber dadurch, dass die Mitarbeiter immer mehr und mehr beteiligt werden, gibt es auch immer mehr Aktien. Das heißt, mein Stück Kuchen vom gesamten Großkuchen wird immer, immer kleiner und das bedeutet am Ende wirklich, dass ich immer weniger habe von dem Gesamtmarkt und das sieht man hier, es sind jedes Jahr... 20 Prozent ungefähr sind da. Genau, das steigert schon sehr, jetzt wird es langsam ein bisschen weniger, aber man sieht halt schon an der Stelle, dass das auch ein Faktor ist, den man mit berücksichtigen muss. Man muss sagen, Snowflake hat mittlerweile ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, aber es ist natürlich ein Effekt, der auch hier im Kurs vielleicht nicht direkt ersichtlich ist. Wir haben noch einen kurzen Moment, wir gehen noch mal durch ein paar Zahlen, um das Ganze noch mal kurz zu untermauern. Was wir hier sehen kann, wie gesagt, der Fokus auf den Umsatz, wir haben ja ein Umsatzwachstum im letzten Jahr von 69 Prozent gehabt, sind jetzt runter im Quartal auf diese 36 Prozent, das liegt zum einen natürlich auf am Basiseffekt, der, das heißt, man hat einfach nicht mehr so gutes Wachstum, weil man auf immer höhere Niveaus kommt, aber zum anderen sparen die Unternehmen natürlich auch etwas Geld. Das wird noch ein bisschen deutlicher, wenn wir uns die RPOs angucken, was ist das? Das ist mehr oder weniger das, was wir an zukünftigen Buchungen schon als Unternehmen vereinbart haben. Das heißt, das, was wir schon zugesagt haben, was aber wir noch nicht als Umsatz deklarieren können als Unternehmen und da sieht man, ja, das ist eine ganze Menge von mehreren Milliarden, die eigentlich hier noch im Buche stehen, die man in der Zukunft schon realisieren wird, indem, dass das hier schon zugesagt wurde. Was sehen wir auch? Das hier ist die Retention Rate und die Retention Rate sagt einem mehr oder weniger, wie viele Kunden bleiben bei mir und machen noch mehr Umsatz und die Retention Rate war mal sehr, sehr hoch bei 161 Prozent. Das bedeutet, im ersten Jahr ist der Kunde gekommen, hat 100 Prozent des Preises bezahlt und dann war er aber so begeistert und hat es immer so stark genutzt, dass er im nächsten Jahr noch 61 Prozent mehr quasi ausgegeben hat und ein Wert über 100 ist ja eigentlich als positiv zu sehen, weil man es schafft quasi den Kunden zu begeistern und immer mehr Umsatz aus ihm herauszubekommen. Der Wert flacht ab, wie gesagt, auch hier gibt es Sparwassnahmen, aber mit 142 Prozent ist es tatsächlich immer noch ein sehr, sehr guter Wert. Die Marge steigert sich auch immer weiter, geht immer wieder ein Stück hoch. Wir haben gerade eben die Großmarge gesehen, die buchhalterisch effektiv gezeigt wird. Wenn man ein paar Sachen sich hier rausrechnet, um sich das ein bisschen schön zu rechnen, kann man sagen, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen Sondereffekte rausrechnet, dann sieht man, wir haben teilweise Margen von ungefähr 80 Prozent im Großmargenbereich, was schon sehr signifikant ist. Genau, zum Abschluss nochmal kurz der Blick. So hat sich das Kursumsatzverhältnis verringert. Wir haben es gerade eben gesehen, wir kommen von sehr hohen Niveaus. Wir kommen jetzt weiter runter, zwei Effekte, der Kurs ist gesunken und der Umsatz steigt halt weiter. Wenn das sich so weiterentwickelt, dann würde sich natürlich das Kursumsatzverhältnis hier auch deutlich verbessern. Und wir schließen das Ganze ab mit einer Grafik, die nochmal allen verdeutlichen kann, warum diese Wachstumsunternehmen so sehr schwankungsanfällig sind und warum man so einen langen Atem am Ende braucht. Wenn wir prognostizieren, hier nicht nur, wie sich das Jahr im Jahr 22 verhält oder im Jahr 23, also wo wir hinkommen wollen eigentlich, was dieses Umsatzwachstum betrifft, was natürlich sehr spannend ist. Wir sehen es auch hier für das Jahr 24. Hier muss man wissen, das Geschäftsjahr ist noch ein bisschen verschoben, also wir befinden uns gerade im Jahr 24, sondern man gibt auch eine Prognose für das Jahr 2029 raus. Man sieht also, wie weit man hier eigentlich in die Zukunft blicken möchte. Das ist natürlich, wir würden uns alle freuen als Investoren, wenn diese Ziele eingehalten werden würden und wir am Ende wirklich eine 25-prozentige Marge erreichen würden. Das weiß natürlich niemand, aber man sieht hier daran, wie langfristig man denkt und warum man gerade noch so stark auf den Umsatz auch schaut. Okay, aber jetzt in die Richtung würde man sagen, okay, in fünf Jahren verfünffacht man, nicht ganz, vervielfacht man den Umsatz. Das heißt, vom aktuellen Kursumsatzverhältnis würde man jetzt, glaube ich, war man bei 20 oder so, immer noch auf dem Kursumsatzverhältnis. Wenn das von fünf kommt, was natürlich immer noch ganz, ganz ordentlich ist, aber natürlich für ein Wachstumsunternehmen wieder okay wäre. Genau, für ein Unternehmen, wo man auch... Die Frage ist, wenn man an dieses Unternehmen glaubt, sollte man minimum fünf bis zehn Jahre Luft haben. Alles dazwischen muss einem egal sein. Genau, also klassische Wachstumsinvestment, muss man sagen, hier braucht man einen längeren Atem. Man muss darauf vertrauen, dass diese revolutionäre Technik, die es gerade ist, auch in der Zukunft weiter so bleibt. Alle, die bei NVIDIA investiert sind, die wissen, wovon ich gerade spreche. Ähnliches Beispiel da, nur natürlich noch auf ein bisschen größeren Niveaus. NVIDIA ist auch ein guter Abschluss hierzu, denn diese beiden Unternehmen arbeiten wirklich sehr, sehr stark zusammen, weil es in diesem Kosmos auch wirklich darum geht, in dieser Datenumgebung von Snowflake KI zu trainieren. Das kann man sehr, sehr gut machen. Wie gesagt, dort werden die Daten platziert, dort sind die Daten geschützt, dort sind sie einfach abgreifbar. Alles Punkte, wo man sagt, okay, das brauche ich, um diese künstlichen Intelligenzmodelle, insbesondere diese Chatbots, die wir alle kennen, zu trainieren. Und da gibt es auch die Kombination mit den Plattformen von NVIDIA und dort möchten beide Unternehmen am Ende in der Zukunft zusammenkommen. Wir starten einmal kurz die Unfrage. Ihr dürft gerne noch abstimmen und entscheiden, ob wir das mit in unser Depot nehmen. Wie gesagt, das war es so ein bisschen. Also ich nehme mit, entspannender Titel, wenn man sich für Cloud allgemein interessiert und das auch differenzieren möchte mit verschiedenen Anbietern. Auf alle Fälle ein Titel, der ein guter und starker Player ist, wenn es solide ist, was so die Zahlen angeht, wenn man gerade den Technik anguckt. Was ich richtig spannend finde, ist die geringe Verschuldung für ein Unternehmen, was natürlich im Technologiesektor ist. Unterwegs ist gerade, die sind ja alle sehr gebeutelt, was die hohen Zinsen angeht. Insofern finde ich das relativ spannend, auch die Diversifizierung zwischen anderen Unternehmen, die noch ganz anders dastehen im Cloud-Bereich. Genau, wie gesagt, wir gucken uns das heute Nachmittag nochmal ein bisschen genauer an. Wir vergleichen das mal mit dem einen oder anderen Konkurrenten und setzen die ganzen Zahlen auch nochmal so ein bisschen in Kontext, werfen die in unser Bewertungsschema und dann sehen wir auch nochmal so ein paar Ergebnisse, die ganz erstaunlich sind, wenn man das zumindest mit der Konkurrenz hier vergleicht. Sehr gut. Wie gesagt, in der nächsten Woche, um das auch nochmal kurz hier für euch zu zeigen, geht es am Dienstag wieder weiter mit dem Blick auf die Märkte. Wenn Sie am Feiertag das wirklich machen. Was passiert ist, immer doch. Dann geht es in unserem Standard-Rhythmus aber am Donnerstag weiter mit Hyundai. Das heißt, wir gucken uns dort wirklich den Automobilhersteller an und am Donnerstag gibt es den Rückblick auf unser Depot. Christoph. Sehr gut. Dann sind wir just in time fertig um 11 Uhr und Carlos steht schon für die Key & Zen-Signale im Trading-Bereich. Da schalten wir gleich mal direkt drüber. Genau, wir switchen einmal und dann bis gleich heute. Ciao. 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 Ciao.